egal was würde ich jetzt sagen ich bin hier entlang gegangen habe gesprochen wurde dann auch in der tiefen sequenz unterbrochen also das blöde ist wir wissen nicht wo der nächste schrein ist laut der karte müsste man kann ich denke die karte aufrufen müsste es ja circa dort unten sein wo das schwer symbol ist oder noch besser dort wo das höhlen symbol in mitten des gebirges ist hier in dieser höhle das habe er halt in einem ganz anderen bereich und die frage ist ich sehe schon wie wir dorthin kommen müssen von perlhaferweide südwestlich gehen dass eine so ein kleine schlucht nicht aber ein weg hinunter mit den können wir dann so durchgehen und dann rein ins gebirge jo probiere ich mal aus so also muss hier rein doch schon wo ist denn der speichert so perlhaferweide eingänglich pendrago keine ahnung ob es den kürzeren weg gäbe hat das zumindest im süden und hier im westen genau da muss ich hin ich habe jetzt 39 fusionspunkte nice kann ich irgendetwas fusionieren aber mehr schon nicht ist das eine truhe oder so ja eine verschlossene oh oh so 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 Oh my god. Ich bin ein bisschen müde, aber ein bisschen machen wir noch weiter, mindestens bis vor dem dungeon mindestens mal schauen vielleicht kommt ja vorher noch irgendeine fette zwischensequenz oder so oder irgendein ort den ich noch weiter erkunden könnte Kann ich den auch zerstören tatsache aber da ist nichts So hier war ich noch nicht da werde ich mich noch ein bisschen umsehen Da ein Monolith Hier drüben ist eine Schatztruhe wie ich sehe Ich meine schon gut dass man so eine aussicht hat kann ja schon gut sein dann hätte man Vielleicht auch das anti leising ein bisschen Ja rauf stellen können es sieht echt nicht schön aus wie bei der mauer Schloss selber also generell die stadt selber finde ich so schön modelliert aber wie gesagt die Treppchenbildung ist schon extrem naja Ist ja nur ein konsolen port Erstmal müssten konsolen das schaffen Die heutigen konsolen sind ja etwas schwachfristig Die sind schon ein bisschen stärker oder Oder Nee es ist da hinten etwas Na komm, eigentlich. Fighten wir. Hier ist auch nichts. Okay. Speichelpunkt. so neues gebiet bin schon gespannt und schon wieder eine grüne wiese kann ja nicht mehr keine ahnung schneegebiet sein oder wenn wir schon hier in der nähe von ein riesen gebiet sind wie so ein karges gebiet sein muss natürlich wieder ein wiesengebiet sein wie das problem mit in Geekha auch auch ja 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 hier kann ich dann auch wieder verschmelzen was ich jetzt auch machen werte ja kommt schaffe nadel schaffen da so erne sturm und erden sturm drachenschatz und drachenschwanz komm mach ich das das haben wir noch versiegelt da muss ich erst mal mit ihm das fluoride pendel geben sonst machen wir da gleich ausrüstung auch wenn er dann schwächer wird nach wenn verschmelzen wie sie sich hoffentlich dann auszahlen okay hier wieder ganz drauf sind hier anscheinend wieder ein paar ausrüstungen bei maximal sollte ich vielleicht auch dort mal reinschauen so schaufeste kuka ja 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 so die anderen mache ich auch gleich noch naja das ist noch versiegelt so okay das war's dann es gehen wir zur ausrüstung und schauen muss mal alles an florid schützen wir auf maximal gut nehmen wir jetzt entweder das nullmesser oder halt den präzisierer da haben wir noch ach so haben wir gerade angelegt dann nehmen wir amphiol amphibolweste widerstand schul plus zwei da haben wir noch nicht alles natürliche beste ok kann ich dann nach werten gehen das würde mein also sowieso für diese wieder alles mein magischen angriff senken dann nehmen wir die pechschwarze weste ja dann nehmen wir das klingt geschürt dann nehmen wir von mir aus gift wer ist auch maximal da nehmen wir bernstein stiefel oder süße schuhe wechseln wir auf kann nehmen die befehls schuhe was sind kampfstiefel besser dann nehmen wir doch die kampfstiefel obwohl meine güte kampfstiefel habe ich gerade ausgerüstet wie viel schule habe ich auch schon maximal mal so so